Steigt Arminia Bielefeld nochmal ab? Nach dem Abstieg in die zweite Liga und dem Direktabstieg in Liga 3 könnte es auch noch zum dritten Abstieg kommen. Bielefeld steht aktuell mit fünf Punkten aus sechs Spielen auf Platz 18 und der freie Fall in die Regionalliga droht. Wie viele Abstiege hat die Arminia noch vor sich? Was meint ihr?